Heute zeige ich euch das beste Tool für akutes Stressmanagement und erkläre euch, warum unser autonomes Nervensystem gar nicht so autonom ist. Herzlich Willkommen, mein Name ist Moritz Binder, ich bin Arzt für Gesundheit und begrüße dich zu einer neuen Folge im Podcast Länger Leben. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge im Länger Leben Podcast und dem Thema Stress. Das ist ein sehr komplexes Thema, ein sehr individuelles Thema. Und was man aber pauschal schon sagen kann, ist, dass das subjektive Stress erleben, dieses Druckgefühl, jetzt habe ich Stress, dass das teilweise durch die äußeren Umstände, also bestimmten Reizen, denen wir ausgesetzt sind, aber auch durch unseren Umgang damit zustande kommt. Und ich möchte euch heute das beste Tool, das ich für akutes Stressmanagement, also für diese Situation, in der ihr sagt, boah, jetzt bin ich aber gestresst, das beste Tool für einen guten Umgang damit möchte ich euch anbieten, dass ich selber schon jahrelang für mich nutze, dieses Tool, und das man auch total gut erklären kann. Die Frage ist also für heute, wie modulieren wir unsere akute Stressantwort, um der äußeren Welt gut begegnen zu können, um uns dann besser und weniger gestresst zu fühlen. Und dazu lade ich euch ein, euch einen langen EKG-Streifen vorzustellen, oder falls ihr irgendein Rumliegen habt zu Hause in eurer Kranken- oder Gesundheitsakte, den mal rauszuholen und ganz genau drauf zu gucken. Dann werdet ihr nämlich sehen, dass diese QRS-Komplexe, diese Herzschläge, diese Ausschläge, dass die ganz, ganz leicht moduliert sind. Also die sind nicht statisch. Wenn jetzt jemand eine Herzfrequenz von 60 hat, hat er nicht einen Herzschlag, eine Sekunde später, nächsten Herzschlag, eine Sekunde später, nächsten Herzschlag und so weiter, sondern diese Abstände, die werden mal weiter und dann werden die ein bisschen enger und weiter und enger. Und das ist durch die Atmung bedingt. Das kluge Wort dafür, das ist die respiratorische Sinusarrhythmie. Also respiratorisch eben durch die Atmung bedingt. Der Sinusrhythmus, das ist ein gesunder Rhythmus, das ist der Herzrhythmus, den jeder hat, den man da auf dem EKG erkennen kann. Und der ist aber unrhythmisch, also die Sinusarrhythmie. So kommt dieses kluge Wort, respiratorische Sinusarrhythmie, mit dem ihr jetzt auf der nächsten Party prallen könnt, zustande. Und der Herzschlag, beziehungsweise diese Modulation, die ist eben durch die Atmung bedingt. Also wenn ihr einatmet, dann wird die Herzfrequenz ein bisschen schneller, weil unter anderem die Lunge voll mit Luft ist und dem Herz ein bisschen Platz nimmt. Und damit das Herz oder das Herz-Kreislauf-System aber den gleichen Blutfluss aufrechterhalten kann oder das gleiche Blutvolumen transportieren kann, muss der Blutfluss ein bisschen schneller werden. Und das gelingt eben unter anderem dadurch, dass die Frequenz höher ist. Also ihr atmet ein, Herz hat weniger Platz, muss ein bisschen schneller atmen, registriert das Herz, schickt sozusagen ein Signal an die Birne und das zentrale Nervensystem wieder zurück und sagt dem Herz, hey, schlag jetzt ein bisschen schneller. Und bei der Ausatmung passiert genau das Gegenteil. Das heißt, das Herz hat mehr Platz. In einem Auswurfvolumen ist dann mehr Blut und dann reichen eben weniger Herzschläge für diese Sekunden oder Millisekunden, um wieder den gleichen Blutfluss, den eben gerade euer Organismus braucht, um den zu gewährleisten. Und das könntet ihr jetzt mal testen. Also ihr könnt kurz auf Pause drücken und dann einatmen, euren Pulstasten am Handgelenk einatmen und ausatmen. Und dabei merken, wie diese Herzfrequenz sich moduliert. Das muss man also nicht glauben. Das könnt ihr wirklich jetzt in diesem Moment herausfinden. Oder wenn ihr eine Smartwatch habt, die in Echtzeit eure Herzfrequenz anzeigt, dann könnt ihr es da auch nochmal quantifizieren. Wir sehen also jetzt, wir können Einfluss auf unsere Herzfrequenz nehmen. Und das ist ja ganz erstaunlich, weil wie wird eigentlich die Herzfrequenz moduliert? Vom autonomen Nervensystem. Das Nervensystem, das kann man ganz unterschiedlich einteilen und klassifizieren. Aber eine Möglichkeit ist eben die Unterscheidung in das somatische, willkürliche Nervensystem und das Autonome. Also das, der Teil des Nervensystems, der eben autonom ist, auf den wir vermeintlich von außen gar keinen Einfluss haben. Also wenn du jetzt dir überlegst oder jemanden fragst, hey, kann man seine Herzfrequenz beeinflussen? Ja, kannst du dich hinsetzen und ganz, ganz konzentriert daran denken, dass jetzt die Herzfrequenz ein bisschen schneller wird. Das wird vielleicht irgendwelchen Yogis gelingen, aber eigentlich klappt es nicht. Aber über die Atmung eben doch. Das heißt, da haben wir einen Hebel, wie wir Einfluss auf unser autonomes Nervensystem ausüben können und zum Beispiel die Herzfrequenz runter regulieren. Weil das wird eine Parasympathikusaktivierung machen, also eine Reduktion des Aktivitätsstatus des Sympathikotonus. Und das wird in einer Stressphase oder in einer Situation, in der wir Stress erleben, bewirken, dass wir subjektiv uns runter regulieren können. Und das wollen wir. Wenn wir Stress erleben, dann wollen wir weniger Stress erleben. Und aus dieser Physiologie der respiratorischen Sinusarrhythmie und dem, was du vielleicht jetzt schon gerade getestet hast für dich, können wir jetzt also ein konkretes Tool ableiten, nämlich physiologisches Schluchzen, so kann man das nennen. Wenn du dich gestresst fühlst, dann kannst du dich auf die Ausatmung konzentrieren, darüber dein autonomes Nervensystem nach unten regulieren und subjektiv weniger Stress erleben. Und das ist im Übrigen auch, was kleine Kinder machen. Also ich habe einen Sohn, der ist vier Jahre alt und er hat so ein kleines rotes Fahrrad und mit dem fährt er schneller, als es zumindest der Mama manchmal lieb ist. Und dann passiert es halt, gehört er dazu zum Leben als vierjähriger kleiner Junge auf seinem roten Fahrrad, dass es ihn manchmal hinberätselt. So, und wenn er da doll stürzt, was ist dann? Dann haben Kinder erst mal so auf diesen Stressor, ja, auf den Reiz, den ihnen das Leben da serviert, haben die Panik, ja, und dann sind die total agitiert. Dann haben die eine Sympathikotonusaktivierung. Dann sind die ganz erregt aufgeregt, ja, so wie wenn jemand eine Panikstörung hat. Und dann sind die außer sich und sind total gestresst. Das ist ja nachvollziehbar. So, und dann nach ein, zwei Minuten checken die aber, okay, jetzt ist es irgendwie vorbei, ist gut. Und dann fangen die an, sich runterzuregulieren. Und jetzt stellt euch mal so ein vierjähriges Kind vor, wie es sich runterreguliert. Wie macht es das? Das schluchzt. Also das atmet ein und hat dann eine lange Ausatmung. Und damit reguliert es sich runter. Also macht genau das, was ich beschrieben habe, Parasympathikusaktivierung und Sympathikotonusrunterregulierung. Und irgendwann ist es dann aus dieser Akutphase raus und steigt wieder aufs Fahrrad und düst weiter durch die Gegend. Das heißt, wir haben die Konzentration auf die Ausatmung und dadurch den Effekt, dass die Herzfrequenz sich runterreguliert. Und zusätzlich machen die diesen Einatmer auf die Einatmung drauf. Also beim Schluchzen. Und was passiert da? Da werden die Lungenbläschen nochmal extra aufgebläht und es wird verstärkt CO2 abgeatmet. Und CO2 macht den Organismus sauer, Azidose. Und wenn wir das CO2 loswerden, dann trägt das auch dazu bei, dass wir Stress und unser autonomes Nervensystem runterregulieren können. Und das ist wirklich so ein tolles Tool, dieses physiologische Schluchzen, weil es eben unmittelbar erfahrbar ist. Also ihr habt es jetzt mit der Herzfrequenz getestet oder ich lade euch wirklich dazu ein, das mal zu machen. Man muss es nicht glauben, sondern es ist in echt Zeit und unmittelbar erfahrbar. Es funktioniert einfach bei jedem. Also wenn du jetzt diesen Podcast hören kannst, dann kannst du auch dieses Tool für dich nutzen. Man muss es nicht glauben, man kann es eben mit diesem physiologischen Hintergrund, kann man das verstehen. Und es braucht auch keinen langen Schulungsweg oder irgendwie einen Erfahrungshintergrund, um das für sich nutzen zu können. Und ich kann euch sagen, dass ich es tatsächlich schon sehr lange für mich selber nutze. Und wenn ich da mal wieder den Link zu meiner Klinikzeit herstelle, da gab es natürlich oft Situationen, in denen ich mir hätte einbilden können, jetzt gestresst zu sein. Also als ich da als junger Assistenzarzt auf Intensivstation gearbeitet habe, dass es regelmäßig passiert, dass der Notarzt mir irgendeinen instabilen Patienten, den ich nicht kannte, von dem ich nichts wusste, so auf die Intensivstation gekarrt hat. Und wenn es dann schlecht lief, dann war der auch nicht gut versorgt. Ja, der hatte keinen Zugang und ich hatte keine Anamnesebögen oder irgendwas, irgendwelche alten Arztbriefe. Ich wusste nichts. Ich habe nur am Monitor gesehen, oh, 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 Mist, der nippelt mir jetzt ab. Das ist gerade richtig schlecht. Ich habe jetzt Zeitdruck, das ist mitten in der Nacht. Da kann man sich schon mal ein bisschen gestresst erleben. So, und was hat mir dann geholfen? Genau dieses Tool, weil dann ist es natürlich wichtig, dass ich als Arzt auf Intensivstation, dass ich gut mit meinem Team kommuniziere, dass ich eine Übersicht habe, dass ich weiß, wie wir jetzt was priorisieren, wie wir einen guten Masterplan schmieden, um diesen Patienten gut zu versorgen. Und dann habe ich dieses Tool für mich genutzt. Und zwar so, dass es eigentlich niemand gemerkt hat. Die waren ja alle dann sowieso auch beschäftigt und hatten irgendwie Gedanken und haben dann nicht überlegt, was macht der Moritz eigentlich gerade. Aber selbst wenn sie es gemacht hätten, hätten sie es gar nicht unbedingt gemerkt, weil das kann man natürlich so machen, dass es meine Mitmenschen gar nicht unbedingt mitkriegen. Wenn ich einatme, noch einen draufsetze und dann lange, vielleicht wie durch einen Strohhalm ausatme und dann mich in diesen State bringe, in dem ich eben konzentriert, aufmerksam, sharp, on point, mir einen guten Überblick verschaffen kann, gut mit meinem Team kommunizieren und eben das, was in der Situation dann wichtig ist. Und jetzt habt ihr auch dieses tolle Tool an der Hand, könnt es für euch nutzen und habt dazu noch das kluge Wort der respiratorischen Sinusarrhythmie gelernt. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin, alles Gute, euer Moritz. Das war eine weitere Folge im Podcast Länger Leben. Wenn du schon ein paar Mal reingehört hast, dann wirst du es längst bemerkt haben. Es geht um so viel mehr als nur darum, länger zu leben, nämlich ganz grundsätzlich die Frage, wie wir die beste und gesündeste Version von uns selbst werden. Denn dadurch schaffen wir nicht nur die besten Voraussetzungen, um tatsächlich gesund alt zu werden, sondern auch dafür, die Aufgaben, für die wir angetreten sind, zu erfüllen und tragende Beziehungen zu den Menschen in unserem Leben zu entwickeln. Ich kombiniere moderne Medizin mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem gesunden Pragmatismus, um dich dabei zu unterstützen, genau das zu erreichen. Ich arbeite auch im 1 zu 1 mit Menschen zusammen. Und wenn du Interesse an solch einem persönlichen Mentoring hast, dann lass uns sprechen. Auf moritzbinder.com findest du mehr Infos und die Möglichkeit, einen unverbindlichen Termin zum Kennenlernen zu buchen. Für jetzt danke ich dir, dass du heute dabei warst. Alles Gute und bis zur nächsten Folge. Sous-titrage ST' 501